Hi Leute, ich hoffe ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest und ich wünsche euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die guten Vorsätze werdet ihr alle haben, sportlicher Hinsicht, hoffe ich natürlich. Habt auch was für euch, die Sport-App Actinate kann euch dabei helfen. Und zwar geht es um die Full-Body-Workout-Challenge. Das ist ein 45-minütiges Training, das einmal in der Woche in Heidelberg stattfindet. Da könnt ihr gerne mitmachen. Es gibt auch sehr, sehr coole Preise zu gewinnen, wie zum Beispiel Smartwatch von Apple. Also gebt Gas, trainiert so viel ihr könnt und räumt ab.